Ach, waren wir noch nicht in der Freundesliste. Geht schon los? Ja, ne. Ja, jetzt geht erstmal die... Warte. Wählen wir erstmal die, äh... Brennen keine anderen ab, wie die erste. Ja. Ah, zum Reinkommen ist es gut, weil ab der zweiten zieht es schon ordentlich an. Ich seh schon, dass ich mich verhaftet habe. Schaut zwar hier die Startstellung an, aber sie sagt schon aus. Also, den machen wir fertig. Hi-haaaa. Oh no. Ciao, Patrick. Don't ever. Scheiße. Du spielst alle mit Controller, das ist gecheated. Stimmt nicht. Nein, ich spiel mit Tastatur. Das sagt jetzt nur aus Mittler. Ja. Nein, ich kann es tatsächlich mit Controller nicht. Schau an, wie der Stripper das voll cheatet. Alle, der hat eine schwarze getroffen und kann die... ...ding aktivieren. Boah. Ich seh schon. Ah, danke fürs Freimachen. Kein Problem. Hier. Ja, was? Das wird vernichtend. What does the fuck say? Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni. Ah, du Drecksack! Jetzt schafft er's nicht so. Gut. Jetzt macht er meinen Slide-Trick. Ich glaub's ja nicht. Unser Ladyboy. Hi, Junius! Hello, Junius! Oh, oh, du Sackgesicht! Ist das bei euch im Lager auch so, dass einer mit Kisten ständig um sich wirft? Ne, nur mit Kartonen. Achso. Ja, was ist... Das ist ne Kiste! Ich hab auf falschen Charakter geguckt, ich Hund. Ach, auf meinen, oder was? Patrick, ein Tipp. Wenn einer den Haken hat und du duckst dich, dann wirst du nicht getroffen. Manchmal. Game over wieder. Ach so, dass die Cheaters… Ne, doch nie. Oh. Der lässt Gnade walten. Ach, der lässt er walten. Why? Auch in den Armen. Was geht denn noch, rumdenzl, Deppdenzl? Genius, wie geht's dir? Immer am rumdenzln hier. Wenn ich denzel, bitte Gänse. Das ist ein eiskalter Move-Jump, Alter. Die Ballerina. Wie im Real Life, Alter. Das macht er auch immer so. Im selben Kostüm? Ja. Geil. 1 zu 1. Die Arbeitsuniform. Heftig, heftig, heftig. In welcher Position arbeitest du nochmal? Alter, du Miese. Ballerina, du. Ziemlich miese Prise. Gut, wird Zeit, dass ich ernst mache. Gehört alles zu planen. Boah, scheiß Kiste. Oh Mann. Oh Mann. Hä? Wie bist du denn jetzt da durchgekommen? Ich bin halt krass. Ein krasser Schieder vielleicht? Hast du dir von Thomas Hacking Skills abgeschaut? Oh. 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 Ich hab vergessen weiterzugehen. Okay, es war mit Absicht. Ich wollte nicht sofort gewinnen. Oh, Alter. Asozial. Da legt er einfach ins Loch die Dinger. Oh ja. Hey, ich merk schon. Patrick ist keine Konkurrenz für uns. Ja gut, so warst du am Anfang auch. Der ist immer noch so. Schau mal an, was er für Fehler macht. Ja, ich seh was, was er für Fehler macht. Ah. Hi Crazy. Wir haben neue Emotes übrigens. Ich glaub, die sind freigeschaltet. Wir haben neue Emotes. Emotes haben wir auch. Jetzt warte mal. Jetzt machen wir mal die Nummer hier interessanter. Ich hab jetzt gedacht, du würdest zerstörbare Umgebung machen. Ja, mach ich ja. Oh, sehr geil. Ja, bestätigen wir einfach irgendwo, Patrick. Oh nein, Mutatoren. Kaum ist Paul nicht dabei, komm. Geil. Das wird heftig. Ja, das passiert hier auf dieser Karte öfters. Aber nicht schlecht. Jetzt kann ich wenigstens schauen. Ja. Es war alles geplant. Scheiße. 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 Das wird scheiße gefickt. Da werden wir niemals hochkommen. Nein. Das wird interessant, ja. Wer hat das Loch dahin gemacht? Ja. 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 Lauf. Alter, vorbei. Nein! Vorbei. Du machst so ein Lacker hier. Skill nennt sich das. Skill. I feel the shit. Nein, was soll dies? Wie war das? Alter, schon wieder so gescriptet. Die Scheiße, Mann. Oh, nice. Sehr gut. Ein mega Sheet hier. I hate this. Oh, you hate this. Shit. Aha. This one, boy. Keep going next to me. Verdammt mich. Geht dahinter überhaupt noch irgendwas? Ich glaube, jetzt ist dann dahinter vielleicht... Ah, so... So fühlen sich... Warum bist du nicht gerannt, Patrick? Warum bist du nicht gerannt? Hattest du Angst? Ich war gerade vorlaufe. Ich war gerade vorlaufe. Aber jetzt geht's los, Alter. Komm schon, Superspeed. Oh, nein. Nein, nicht jagen. Oh, ja. Wie gesagt, Patrick. Ducken. Dann, wenn einer das abfeuert und du duckst dich, dann kannst du ausweichen. Dennis, hör weg. Das geht nicht ausweichen. Ja, das wird den Rest des Matches so gehen. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w.w. Ja, das ist ein Schiff. yes klingelt oh no oh nee das ist nicht gut gesehen also ausgewichen eben ja wie zahnbelag das weiß ich leider nicht es ist ja hi thomas thomas ist ein platz frei was hast du mal besser drauf gehabt denn es ja ich will ich ihr spielt ja nicht mehr mit mir ich darf ja aus unerklärlichen gründen nicht mehr mitmachen wenn ihr das spiel spielt wenn du mitten in der nacht um vier uhr morgens keine zeit das ist ja nicht unser problem ja sorry ich gehe halt doch noch nicht mit zu der arbeitslosenquote wieso bist du ein streamer das stimmt ja ich bin der einzige streamer von uns der wo er nie da ist weil er arbeiten muss ich erkenne den zusammenhang ich habe dich doch gehabt was soll die scheiße ich hatte nicht alter ich hab du hast mich an meinem rock zu flassen ich hab glaubt ihr nur ich glaube ich hab dir nur den schlüpfer ausgezogen ich hab mir meinen porzellanschuh wieder schlöpfer dass ich den schlüpfer ausgezogen habe wieso so sehr schenkt doch gerade nicht nach fisch oder ich versuche dem geruch zeit kaum aber er folgt mir das ist deine oberlippe was so stinkt dem geruch kannst du dich denn kommen er hält aber schon gut was war schlecht er hält schon gut mit für dich speed die der timer jetzt geht es dann gleich richtig rund hier oh mein gott i can smell it smell it smell it ei scooby doo scooby doo man mindestens 50 scooby los, mach ihn fertig oooooh was war das nochmal, hi matthias äh zu null sieg, gell schnauze, schnauze was krass Dennis wird von allen seiten durchgenommen, sehr gut ich hab ja auch nur von dem punktestand von patrick gesprochen schnauze 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 Das ist das, was ich hier die ganze Zeit klatschen höre. Ich dachte, das wäre Beifall. Deine Mutter ist eine sehr nette Frau. Weiß ich. Danke. So, warte mal. Wir müssen ja den Thomas dazuholen. Kommt mal Thomas mit, oder? Ich habe das so verstanden. Wenn nicht, dann muss er halt jetzt mitmachen, ob er will oder nicht. Ich glaube aber, dass der Thomas seinen PC noch nicht anhat, oder? Sind wir überhaupt schon Freunde? Wenn ich mitmache, weinen doch alle wieder. Das ist eine Herausforderung. Thomas, fahr das Ding hoch. Thomas, fahr das Ding hoch. Oh mein Gott. Aber ich glaube, irgendjemand muss dann Thomas hier reinziehen, oder? Der hat sich selbst hier reingezogen mit dieser Herausforderung. Nein, ich meine in dem Channel. Ach so. Das ist das Klatschen, das Flo hört. Oh Gott, es geht wieder los mit den Clips. Ja gut, ey, wenn sein Großvater PC noch hier so ein bisschen drauf braucht, dann machen wir noch schnell eine Runde. Wo ist denn... Hä? Halt, stopp. Wo seid ihr? Wo bist du? Oh, Patrick, Lele. Lass mal nochmal ein. Zu spät? Nein, ich habe abgebrochen. Er kann nochmal rein. Hier, ich habe dir eine neue Einladung gesendet. Alles klar. Da möchte wohl jemand den Charakter wechseln. Ich verstehe schon. Aber keiner hat mit Dashual gerechnet. Was? Das? Was ist das? Hat er eine Super Saiyan Aura? Ja. Oh, scheiße. Hä, ich bin ja ganz woanders. Oh, ich merke schon. Hä, ich habe auf deine Einladung gedrängt. Ja, anscheinend nicht. Aber ich habe dir jetzt nochmal eine gesendet. Ich habe Angst. Ich habe einfach nur Angst. Also, wenn Patrick jetzt weiterhin Computer-Analphabet ist, könnte eventuell Thomas rechtzeitig Darm sein. Thomas könnte rechtzeitig Darm sein? Darm. Da steht sich der Raum wieder verlassen. Okay, warte. Ich erstelle mal einen neuen Raum. Für unseren Computer Legastheniker. 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 Ja, dann muss ich wohl PewDiePie nehmen. Hä, ich wurde rausgeworfen. Wie? Was ist denn jetzt? Ich schicke mir doch mal eine Einladung. Ich wurde rausgeworfen. Leck mich! Leck mich! Was machst du denn? Okay, nochmal. Okay? In aller Ruhe. Bitte, ja. Patrick Floh. Patrick Floh. Und jetzt nicht hysterisch irgendwelche Tasten drücken. Alles wird gut. Alles wird gut. So viel zum Thema, dass ich Biss bin. Das ist Game-Selven. Der sieht mehr aus wie Sarazza als wie PewDiePie. Aber Sarazza hat keine blauen Augen, oder? Weiß ich nicht. So tief hab ich da nie reingeschaut. Du meinst, so hoch hast du noch nie geschaut. Scheiße. Ich hab mich wieder selbst angespritzt. Scheiße. Moment, ich hab was im Auge. Scheiße. Ich hab grad was getrunken und hab alles rausgeschritzt. Scheiße gehört eigentlich generell nicht ins Auge. Ah, shit. Ah. Ich seh zwar nix, aber ich bin bereit. Muss ich, glaub ich, die Spieloption... Ja, jetzt muss ich die Spieloption nochmal machen. Boah, Scheiße. Hier ist alles voll gespritzt, ey. Oh, Mann. Diese Aussagen hier. Das ganze Mikro ist verklebt. Scheiße. Alles fuller Kacke. Alles full. Oh, ich glaub, heute kriegen wir keinen Speedorino, Alter. Geht schon. Oh, mein Gott. Habt ihr gesehen, wie er hüpft? Ah, Matina, Ballerina. Das ist unfair. Das lenkt ab. Ich hasse diese Ewigkeiten-Klinge an mir. Insane. Das ist kein Butter-Spagat hier. Alter, nimm mich Mr. Spaghetti. Wie er seinen Haken verschwendet. Ja, er ist losgegangen alleine. Oh, come on. So ist es also auch mit deinem Auge passiert, hä? Einfach so von allein. Ich hab's, glaub ich, auch was in der Nase. Dinge im Leben, die sollte man vielleicht vor sich behalten. Scheiße. Ich war so überrascht, dass ich auf einmal in einem anderen Loch drin war. Ja. Please. Don't do this. Ich war so überrascht, dass ich plötzlich in einem anderem Loch drin war. Oh, Gott, Alter. Ach, schön. Ich hab's vermisst, Dennis. Oh, nein. Es tut so weh. Was? Dennis oder das Loch? Sowohl als auch. Nein. Ah. Oh, das war gut, Dennis. Können Sie bitte aufhören? So, wenn du beim Geifhaken deinen Nippel erwischt. Oh, den Nippel erschaden, sehr gut. Nein, aber bitte, ich rieche Fisch. Bleib mir bitte da mit deinem Teabag weg. Was? Du teabagst mich die ganze Zeit. Wenn du Spagat über meinem Kopf machst. So. Noch klappt. Machst dann Knock, Knock an der Tür. Das riecht dann nach Fisch. Das irritiert mich. Ja, ich dachte nach Moorschuss. Moorschuss? Ja. Alter, jetzt wird's insane. Nach Alphasack riecht's hier. Wenn du jetzt den Dropschaft hast gewonnen, boah. Oh, er hat mich... Ah, wer ist die geilste Muschi hier? Ah. Kein Wunder bist du so geil auf meinen Sack. Mit deinem Katzencharakter. Wenn mein Sack immer nach Fisch stinkt. Ich bin ein bisschen grün, merke ich gerade. Ich schimmel. Meine Muschi schimmelt. Scheiße. Muten. Muten. Go. 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 Go, Jida. Oh, Mr. Ah, da kam der Treckige Schuss. Nein, noch einmal. Scheiße. Nüppel der Schande. Nüppel der Schande. Nüppel der Schande. Und wie war das Wetter so bei euch? Nass. Regnerisch. Das schaut so insane aus, wenn du spät. Teebag! Riechst du das, Dennis? Es riecht nicht nur nach Fisch, sondern auch nach einem 2-0-Sieg für mich. Ach ja? Ja. I don't care. Scheibenputzer. Da hat er es wohl zu früh gekohlt. Deswegen ging es auch ins Auge. Da hast du es kommen sehen, ne? Das ist so ein Schmutz hier. Jetzt weiß ich, wer der Dennis das mit dem Schmutz hier hat. Nee, das habe ich von ihm leider. Ach so? Gibt mir aber auch so, ich mache auf der Arbeit auch schon so, Schmutz, Schmutz, Schmutz. Oh, wie er cheatet. Das kann nicht normal sein. Scheiße. Die prima Ballerina hier. Ich kann smell it, smell it, smell it, smell it. Aber ich brauche schon ein anderer, ein charakterlos. Das ist dein Bild oben links, sieht zu geil aus. Dein Profilbild. Na, Schmutz, Rino, Bambino. Vor allem, guck mal, der bewegt seinen Mund. Stimmt. Wenn ich, äh, was aktiviere. Wenn ich den Akinator mache. Scheiße. Da hätte er kurzzeitig seine Führung ausbauen können. Doch er hat sich doch dagegen entschieden. Überragend. Den ist dein Charakter, das ist wie ein Unfall. Man kann nicht weggucken. Alle Krapfen. Das gibt es doch nicht. Alle voll am Abkrapschen hier. Oh, yes. Oh, oh. Zum ersten Mal ist Patrick dabei. Oh, mein Gott. Meine Damen und Herren, etwas noch nie da gewesen ist. Ein One-on-One zwischen Kingpin und Flozart Mozart. Mozart, 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 Mozart. So, jetzt, Thomas ist bereit. Das ist ein Schmutz. 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 Vielen Dank.